Ich liebe es an meinem Beruf tatsächlich, dass man flexibel sein muss. Und das ist genau das, was ich möchte. Manchmal ist hier richtig Action und dann haben wir viele Hände, die an einem Patienten zusammenarbeiten und schnell für ein gutes Ergebnis sorgen. Und das macht richtig Spaß, wenn dann alle Zahnräder ineinander greifen. Der OP bietet viel Abwechslung. Wir sind rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AK Altona und gehen sehr liebevoll miteinander um. Ich finde es total cool, dass wir hier in zwölf Sälen neun Fachabteilungen unterbringen und am einen Tag in Da Vinci operieren können, am nächsten Tag in der Geburtshilfe sind und am übernächsten Tag dann die Gefäßchirurgie bedienen oder die Neurochirurgie oder die Unfallchirurgie. Was uns besonders macht, ist, dass wir Tageslicht haben. Wir haben hier strukturierte, standardisierte Abläufe, die aber nicht dazu führen, dass jeder Tag gleich ist, weil eben die Routine im Kopf nicht aufkommen darf und wir jeden Tag neu reagieren müssen auf die Situation, die sich eben ergeben. Wenn ein Notfall eintrifft, dann ist es wie eine 180-Grad-Wendung. Man muss umdenken und sich neu sortieren. Wir arbeiten eng und auf Augenhöhe mit den Chirurginnen und Chirurgen zusammen als erstes und auch mit den Anästhesisten verstehe ich mich hier super. Also es ist ein cooles gemeinsames Team aus vielen jungen Leuten, die einfach Spaß zusammen haben. In meinem Team habe ich Freundschaften geschlossen. Wir haben hier immer die Möglichkeit, Neues zu lernen von den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, extern Fortbildungen zu besuchen. Ich selbst habe ein Studium mit dem Haus zusammen gemacht zum Beispiel. Natürlich gibt es hier auch mal anstrengende Tage. Da hilft es sehr, dass Kolleginnen und Kollegen da sind, mit denen man sich dann austauschen kann, gemeinsam Musik hört bei der Arbeit. Und wenn man sieht, dass jemand gerade Hilfe braucht, ist man natürlich für den anderen da. In Situationen, wo wir Patienten nicht mehr helfen können, haben wir immer die Möglichkeit, uns zweifelsfrei nach Hause zu gehen oder hier eine Beratung im Haus aufzusuchen und sind da dann nicht alleine. Wir arbeiten Hand in Hand miteinander und das ist das, was ich so wertschätze an dem Beruf. Ich fühle mich wie zu Hause. Und wenn du auch Lust hast, im OP zu arbeiten? Dann bewirb dich jetzt und komm zu uns ins Team Altona.